Der Widerstand versucht, Zellen außerhalb von Montrose zu kontaktieren. Es ist schwer zu sagen, was außerhalb der Mauer geschieht, aber laut unseren KVA-Quellen werden mehrere Patrouillen vermisst. Und jene, die überlebt haben, berichten nur Schreckliches. Nach dem EMP, als das elektronische Netz, das uns bewahrte, zusammenbrach, verfiel unsere Nation ins Chaos. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Warte hier, Haupt. Diese Jungs sind nicht gerade in Koreaner vernaht. Können wir ihnen trauen? Dunn hat das angeordnet. Er wusste, mit wem er es zu tun hat. Sieh mal eine Ahnung. Was haben wir denn hier? Connor, scheiß Morgen. Haben gehört, die Nox hätten deinen Arsch gehängt. Sie versuchen es immer weiter. Also, wo ist der Heli? Wo ist Boon? Er ist tot. Ach, scheiße. Schätze, der Deal ist geplatzt. Hör zu, Arsch, doch denk nicht mal dran, uns zu verarschen. Hey, hey, komm schon, hilf mir. Wir kämpfen den gleichen Kampf. Ich sag dir was. Ich nehm die Schlampe und das Nadengesicht, das sich hinten versteckt, und du darfst ohne Kugel im Kopf gehen. Ich denke, du kommst bei den dir schlechter weg. Ich brauche hier Hilfe! Und jetzt? Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt wegkommen. Es sind Amerikaner. Sie sollten doch auf unserer Seite sein. Nein! Diese Typen sind durchgeknallt! Sie sind auf keiner Seite! Versucht sie lebendig zu erwischen! Die Koreaner zahlen mehr, wenn sie noch zappeln! In Ordnung! Lade nach! Moon wird knapp! Ich werfe eine Granate! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Lade nach! Die Bedeckungsfeuer! Moon alle! Lade nach! Säubert das verdammte Haus! Soldat, gefallt! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Unterbeschuss! Ja! Alle mir nach! Ich drücke vor! Jakobs, da beim Zaun! Hier rüber! Nicht schießen, bevor ich das Kommando gebe. Aber wenn ich es tue, dann nicht zögern! Mir nach und leise sein! Wie ist der Plan? Die haben den Helikopter irgendwo versteckt. Wir schleichen uns durchs Lager und klauen ihn. Die müssen wissen, dass wir hier sind! Das bezweifle ich. Der Klang von Schüssen ist hier in der Gegend ziemlich normal. Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes sage. Der Käpt'n will niemanden beim Helikopter sehen. Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Wer an den Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich geh da nie. Das gehört, da sind koreanische Scharfschätzen. Das ist das Stimmste, was ich je gehört hab. Jetzt! Über die Straße! Los! Durch das Feld! Schnell! Bevor ihr zurückkommt! Unten bleiben! Sie dürfen uns nicht sehen! Mann, das sind Tiere! Halt, da ist ein Scharfschütze bei der Windmühle. Er wird uns entdecken, wenn wir ihn nicht ausschalten. Jacobs, wenn du freie Sicht hast, dann schieß! Das Gewehr hat ein Zielfernrohr. Setz es ein! Zielentfernung etwa 70 Meter. Du musst treffen! Zielentfernung! Guter Schuss! Okay, gehen wir weiter. Halt, halt! Wartet, bis sie wechselt. Ich kann nicht hinkommen. Die spielen mit ihm. Oh, scheiße! Oh, ganz toll! Und was sollen wir jetzt den ganzen Tag machen? Das ist nicht richtig. Wir töten nicht das Vergnügen. Wir lassen sie einfach weitergehen. Scheiße! Wie ist Moon nur an diese Typen geraten? Ich weiß es nicht, Horb. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay, alles klar. Weiter zu dem Traktor. bitte. Abonniert es. Alle mir nach. Los. Leise jetzt. Okay, gehen wir. Schneller, du verdammtes Stück Scheiße. Okay, weiter. Wenn die Batterien nicht bis Sonnenuntergang geladen sind, reiß ich euch persönlich das Fleisch vom Rücken. Noch ein Raketenwerfer. Rihanna, übernimm den Typen, der den Ausgang blockiert. Was ist ein Amerikaner, Connor? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Möchtest du hier lebendig rauskommen oder nicht? Okay. Jacobs, ausschalten. Und tschüss. Der ist hinüber. Los, alle in die Garage. Ich höre ein Helikopter. Da, koreanische Aufklärungshubschrauber. Was machen die hier draußen? Und die Wolferzeugung wegen mir sind. Oder wegen denen. Ich weiß es nicht. Außer Sicht bleiben, bis er weg ist. Junge, habt ihr das gesehen? Das wird ein kurzer Flug, wenn wir diese Raketenwerfer zurücklassen. Okay, gehen wir zu diesem Pfannhaus. Anscheinend haben wir noch einen. Alle mir nach. Meinst du, diese Widerstandstypen sind die von den... Wir schicken eine Patrouille. Die Koreaner bieten eine Belohnung. Wir müssen die Straßen meiden. Was würdest du mit einer Belohnung machen? Hoffen wir, dass sie die Sauerei beim Tun nicht entdecken. Das wird morgen immer noch da sein. Naja, und die guten Sachen werden bis dahin weg sein. Gehst du jetzt oder nicht? Fenster im ersten Stock. Wir werden entdeckt, wenn wir rüber wollen. Ausschalten. Dann kannst du aufhören. Hey Leute, seht euch das mal an. Immer langsam. Wir kommen schon. Hey, was macht ihr da? Wir lassen den Nox ein eigenes Grab schaufeln. Okay. Wer erschießt ihn? Ich mach's. Oder wir erschießen ihn nicht, sondern wir graben ihn lebendig. Ich hab mich aufhören gesagt. Lass uns aufhören. Was ist denn jetzt? Wie ich schon sagte, diese Typen sind durchgeknallt. Wir müssen hier weg. Da oben. Noch eine Wache im ersten Stock. Deuh. Deuh. Scheiße, wir müssen durch das Haus. Durch das Fenster. Messer raus, Jacobs. Mach es leise. Hast du ne Kippe? Nur gefälschte. Verdammte China-Scheiße. Wenn ich Karton schmecken will, dann rauche ich nen verdammten Karton. Freu dich, dass du überhaupt was hast. Dodson hat letzte Woche ne Packung mit Durchschuss bekommen. Der Nork-Wichser musste in seiner Brusttasche gehabt haben. Hast recht. Danke, Mann. Hast du Feuer? Wir sind beim Abheben schon tot, wenn du den Penner nicht erschießt. Wir warten, bis du ihn ausgeschaltet hast. Gehen wir. Weg von der Straße, den Fluss entlang. Weg von der Straße, den Fluss entlang. Weg von der Straße. Weg von der Straße. Weg von der Straße. Weg von der Straße, den Fluss entlang. Weg von der Straße. Wie weit noch, Connor? Wir müssten ziemlich nah dran sein! Einfach zusammenbleiben! Dieser Ort bringt schlimme Erinnerungen zurück! Ja. Irgendwelche Arschlöcher wie diese haben einfach jeden gelünscht, der auch nur im entferntesten asiatisch aussah. Ich hatte Glück. Was zum Lenker? Der Krieg zeigt unsere schlimmste Seite. Oh, eine schlechte Idee, hierher zu kommen. Noch mehr Schüsse! Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Der einzige Weg führt genau durch die Mitte. Entsichert! Hast sie! Verdammt, du bist so ein guter Schütze, Jacobs! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Ich werfe eine Granate! Zweite Bewegung! Ab in der Welt! Wir nach. Rücke vor! Da hinten! Da sind sie! Ich stürze! Er ist erledigt! Ich habe ihn erwischt! Gib mir Deckung! Ich lade nach! So! Kontakt! Da sind sie! Er ist getauscht! Ja! Ich schortunter! Ich schaffte Leute! Sie sind da. Also entlang. Sie sind da.